Also wir stehen praktisch vor dem endgültigen und finalen Kollaps dieses Systems. Und deswegen arbeitet man im Hintergrund an einem neuen System. Und dieses neue System sieht folgendermaßen aus, das sind digitale Zentralbankwährungen. Also das Ziel ist, dass wir alle nur noch ein einziges Konto haben sollen und dieses eine einzige Konto bei der Zentralbank haben sollen. Das Ziel ist, den Banken, den Geschäftsbanken, die Kreditvergabe zu entziehen und diese Kreditvergabe nur noch über eine Bank, nämlich über die Zentralbank, laufen zu lassen. Also das Ziel besteht darin, uns allen digitales Zentralbankgeld als einziges Zahlungsmittel zu erlauben. Das große Problem damit ist, dass diese Art der Zahlung von der Mehrheit der Menschen wahrscheinlich nicht akzeptiert würde. Weil, wenn man sich das mal kurz durchdenkt, das bedeutet, wir alle sind finanziell 100% der Zentralbank und damit dem Staat unterworfen. Der Staat kann uns individuelle Zinssätze auferlegen, der kann individuelle Steuersätze verteilen, der kann uns Strafzahlungen auferlegen, der kann uns jederzeit Strafgelder abziehen von unseren Konten, der kann uns jederzeit von allen Finanzflüssen abschneiden und das Schlimmste, der kann uns an ein Sozialkreditsystem nach chinesischem Vorbild knüpfen. Vielen Dank. Vielen Dank.